Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video im Kanal. Heute machen wir etwas anderes. Und zwar machen wir ein Chest Opening auf Bausucht. Der Crafter hat mir gedacht, er muss ein paar Kisten kaufen. Er hat mir 6 lege Kisten gekauft, 6 epische. Und ich habe mir dann noch 4 Boss Kisten gekauft. Und ich habe mir gedacht, ich mache aus diesem Video und mache die heute auf. Ja, das ist das Video. So, zum Anfang des Videos, dass wir auch etwas gewinnen, trinken wir natürlich das stärkste Mineralwasser der Schweiz. Und zwar Ebtiger, wer das nicht kennt, ist voll das gute Schweizer Mineralwasser. Mit viel Mineralien und so. Also, ich liebe das Wasser einfach. Und ja, falls ihr mal in der Schweiz seid oder andere Schweizer, gönnt euch. So, wir fangen jetzt an mit Kisten aufmachen. Ich habe irgendwie Angst, dass etwas Schlechtes rauskommt. Ich hoffe sehr, dass etwas gutes rauskommt. Zum Beispiel Deluxe oder so, würde man eh nicht bekommen. Aber wenn wir Deluxe bekommen, würde dann ganz viel quitten. Und schon nur die Geschichte würde ich gerne sehen. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ähm, wir fangen gerade mal an mit einer epische. Achtung, fertig, let's go. Komm, bitte gön, was guckt du alles so? Was kann man überhaupt gönnen? Äh, Doppel-XP. Oh, du komm mal, Perks. Oh, warte, komm. Was ist das? Nein, 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 kein C-Sat. Kein Raum, komm. Komm, ein Perk, ein Perk. Fass, ist das gut? Jo, warte mal, warte mal, warte mal. Slash, Perk. Geil, Mann, warte mal. Dein Perks, Perks. So, äh. Ist das Fass, oder? Ja, Mann. Lol. Yo, ich bin mit der... Oh, mein Gott. Geil. Shit, danke. Komm auf den Film und für die geilen Kisten. Shit, das freut mich doch mega. So, ich weiss nicht. Wollen wir jetzt eine epische oder eine Legie aufmachen? So, ich würde sagen, wir machen mal eine Legie auf. Ein bisschen Abwechslung. Ähm, oh, ich bin... Bitte, komm, gönn, Deluxe. Komm, gönn, 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 gönn. Bitte, bitte. Nein, kein King Lifetime. Ich will Deluxe. Elitra. Ja, das wär auch geil. Nein, 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 nein. Kein Hunger. Jo, das ist... Oh mein Gott, das ist auch geil. Perks, dann können wir das aktivieren. Super. Dann würde ich sagen, wir machen mal eine Bosskiste auf. Äh, die kann ich einfach da rausnehmen und öffnen, oder? Und... Nein, ich kann nicht öffnen. Geh einfach kurz auf mein GS und öffnen die da. Übrigens, ich habe jetzt wieder... Ähm, Big YouTube für Timmy Time. Also ihr wisst ja Bescheid. Spam mal Flo das Video zu tun. So, Bosskiste. Let's go. Komm, gönn. Bitte, bitte. Komm, irgendein bis Geist. Komm, bitte. Animal Cap 100. Hä? Gar nicht. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Ich weiss es nicht. Ich würde sagen, machen wir gerade mal die zweite Bosskiste auf. Ähm, so. Komm, bitte gönn. Komm, 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 komm. Und? Du hast das... Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, das ist ja geil. Oh mein Gott. Warte mal, du kannst nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Mann. Wuuu. Geil, Mann. Alter. Das ist ja gerade das Geilste, was ich gerade bekommen habe. So, machen wir gerade alle Bosskiste auf. Dann sind wir fertig mit dem. So, wir machen jetzt noch auf. Ey, ich hoffe so, dass wir das Geilste raus bekommen. Dann können wir irgendwie ein AON-Ticket. Oder irgendwie... Äh... Ein Leuten konzentrieren. Ich würde mich mega freuen. Und wir sehen es jetzt. Komm. Bitte. Drei Zusätze. Yo. Digga, ich bekomme heute ja nur geile Sachen. Okay, gut. Und jetzt nächste noch. Die letzte. Komm. Letzte. Komm schon. Du gönnst uns ein AON-Ticket. Komm schon. Bitte. Komm. Gönn. Achtung. Fertig. Los. Bitte. Ja, gut. Ja, gut. Komm, etwas Geiles. Bitte. Bitte. Komm. Oh, komm, spawnen. Spawnen. Komm. Nein. 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 Oh. Oh, Mann. Egal. Nächster. Komm. Bitte. Bitte. Gönn irgendetwas Geiles. Irgendein Perk. Oder irgendetwas. Komm schon. Okay, was haben wir du? Dein Premium Mann. Kleines EC. Hab ich schon. Schnell abbauen. Oh. 50 K. Ja. Mann ey. Irgendwie Park grad. Aber mach erstmal eine Legi wieder auf. Komm schon. Deluxe. Bitte. Also wenn ich Deluxe hier. Also schau dann. Ui. Das wär anders. Baba. Was ist das da super Item. Was ist das? Flight. Nein. Ich hatte Flight Park. Eine Minute. 37 Sekunden später. Flight Park ist das geilste was gibt. Also. Next Kiste. Epische. Komm. Gönn auch sowas geiles. Bitte. Wir haben nur geile Sachen bis jetzt bekommen. Komm. Bitte. Gönn irgendetwas geiles. Keine. Das wär auch geil. Aber. Nein. Digga. Ich bekomm Perks bis zum Gehen nicht mehr. Das ist ja geil. Wie viele Perks absteht. Ich hab. Alter. Ich hatte. Bevor. Bevor wir die Kiste aufgemacht haben. Warum rede ich plötzlich Hochdeutsch? Bevor wir die Kiste aufgemacht haben. Habe ich einfach mal eins gehört. Ich kann mir mal bitte etwas sagen. Wenn ich auf Hochdeutsch gewechselt bin. Egal. Bevor ich die Kiste aufgemacht habe. Habe ich eins Perk gehabt. Und jetzt habe ich. Baba. Okay. Noch zwei verdienen. Und drei verdienen. Let's go. Komm. Bitte. Gönn. Gönn. Nein. Gönn. Deluxe. 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 Es wird immer geiler. Jetzt habe ich noch ein. Nein. Zwei. Okay. Alles gut. Nein. Ich weiss nicht. Okay. Komm. Bitte Deluxe. Ich würde mich so freuen. Komm. Bitte zieh Deluxe. Bitte. Zieh Deluxe. Was ist jetzt das? Superhelm. Ist das gut? Ist das gut? Gut. Bitte Deluxe. Bitte Deluxe. Komm schon. Bitte. Bitte. Ich bin Pleite. Und alles mögliche. Oh mein Gott. Warte mal. Ich kann jetzt flippen. Warte mal. It's. Perks. Ich kann ja jetzt fliegen. Geil Mann. Oh mein Gott. Ich kann jetzt flippen. Geil. So. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Mir hat es sehr Spass gemacht. Alle die Kisten aufzumachen. Und ich könnte mir das auch wieder mal vorstellen. Also es war ein ganz tolles Video. Finde ich. Machen Sie es mir abgeben. Kommen Sie mir in den Streams. Vergesst nicht zu liken. Glocke zu aktivieren. Abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau. Fünf Millionen Ingame. Nein. Und fünf Millionen. Fünf Millionen. Alter. Ich raste aus.